UNTERTITELUNG Unfassbar! Hey Siri! Du, ich hab den Kenneth hier, ne? Er hat einen Wurm im Kopf, so einen schwarzen, ganz schön groß. Weißt du, was das sein könnte? Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Gut, ja, Kenneth, das ist ein Parasitus-Dictus im Kopf, wo's drin, Ospressos. Also, für dich mal erklärt, das ist ein Wurm, der hat wahrscheinlich über Wochen, Monate oder sogar Jahre in deinem Kopf gelebt und von deinem Gehirn gegessen. Wie geht's dir denn, Kenneth? Ich weiß nicht, ich fühl mich irgendwie verändert. Aber du sprichst schon ganz anders, ne? Ja, ich danke Ihnen, Herr Doktor... Biber. Doktor Biber. Machen Sie sich einen schönen Tag. Ja, Sie auch, ne? Gute Besserung. Sollt ihr jetzt alles verheilen, ne? Hier mit dem Wurm und so. Was? Hopp. Ja, ja. Hör. Ja, 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 ja. Oh, Leute. Wurde. Wie geht' auf? Ich bin ein Träger, ich bin ein Träger. Und jetzt ein Träger. Biber auf. Ja, ich bin ein Träger, wenn wir nicht so. Ich bin ein Träger...